JPEG und RAW. Nun, über JPEG und TIFF habe ich schon was erzählt. Das bezieht sich eher auf die Speicherung auf dem Rechner in RAW. Ja, RAW kriegen wir aus der Kamera und natürlich sagt jetzt jeder RAW, das ist es. Das ist ja auch in einem gewissen Punkt relativ, denn wer wirklich noch nicht so viele Ahnung hat von der RAW-Entwicklung, der sollte vielleicht auch mal ruhig die Kamera eine JPEG Entwicklung machen lassen, auf die Speicherkarte mit draufschreiben und ja, ihr könnt dann einfach euch beide Bilder ansehen. Ihr könnt sehen, okay, die Kamera hat das gemacht, ihr seht wie das JPEG ist, ob es euch gefällt, ob ihr da Korrekturen braucht und dann seht ihr ein RAW und das sieht meistens sehr bescheiden aus, wenn man noch gar nichts dran gemacht hat und dann kann man wirklich auch mal sich als Ziel setzen, das beste Bild des Tages, ja, versuchshalber in eurem RAW-Converter, den ihr natürlich haben müsst, zu entwickeln. Und das ist eigentlich eine gute Übung, wenigstens das hinzukriegen, was die Kamera kann. Und wenn man dann ja die Schritte weiterverfolgt, wenn man merkt, aha, wenn ich da drehe, wenn ich dort drehe, dann passiert etwas in meinem Bild, dann passiert etwas mit meiner Aufnahme, dann sieht man auch, dass die eigene Entwicklung zum Bild dazugehört. Und im Übrigen, das ist ganz wichtig, weil viele sagen, naja, eine RAW-Entwicklung, ich möchte das fotografieren, was ich sehe. Gute Fotografen, die sehen ein Bild, bevor sie es gemacht haben. Die sehen ein Motiv und sagen, das will ich fotografieren und die haben in ihrem geistigen Auge schon ein Bild im Kopf, wie das dann aussehen soll. Und dieses Wissen, das ist dann eine Kombination aus dem, wie ich meine Kamera bediene und das, wie ich meinen RAW-Konverter bediene, damit ich zu dem fertigen Bild komme. Denkt mal drüber nach. Bin gespannt, ob da jemand was dazu in die Kommentare schreibt. Rauschen und Rauschunterdrückung. Also, es gibt eine Rauschunterdrückung in der Kamera. Die sollte man einschalten, wenn man ja auch nicht so gut ist in der Nachbearbeitung, beziehungsweise es kommt auf das Motiv drauf an. Wenn ihr aber schnell hintereinander viele Bilder machen wollt, müsst ihr die ausschalten. Das ist mal Punkt 1. Und ja, das Nächste ist, Rauschen ist nicht so böse, wie viele Leute immer tun. Natürlich, wenn man mit hohem ISO fährt, dann wird das Bild, ich sage jetzt mal schlechter. Es hat weniger Dynamik. Man verliert Details, beziehungsweise wenn man dann im RAW-Konverter eben die Rauschreduzierung anwirft, dann plättet man das Bild. Jetzt ist es aber immer ein mehrschneidiges Schwert sogar. Die Frage ist immer, Bild im Kasten haben, Bild ohne Verwackelungen, scharf aufgenommen haben, aber mit Rauschen oder eben ein verwackeltes, aber dafür weniger verrauschtes Bild zu haben, weil ich die ISO nicht so hoch drehe. An dieser Stelle wirklich mein ganz persönlicher Tipp. Macht Testaufnahmen. Macht das einfach mal. Geht raus oder ins Dunkle oder beleuchtet euer Wohnzimmer mit einer Kerze und dann dreht ihr die ISO hoch. Und dann macht ein Bild bei jeder ISO. Und dieses Bild ohne Rauschunterdrückung, dieses Bild, das tut ihr mal ausdrucken, aber nicht so klein, weil dann seht ihr das nicht. Beziehungsweise ihr solltet vielleicht mal ein Bild machen, auch gerne ein großes Bild und das aus den Teilen dieser unterschiedlichen ISO-Werte zusammenbauen. Und dann guckt ihr euch mal an, wo ist denn noch dieses Rauschen akzeptabel? Nehmen wir mal an, ihr macht ein A2 großes Bild. Das ist ja schon ordentlich. Ihr hängt das auf eine normale Entfernung an die Wand und dann seht ihr euch an, wie ist denn das Rauschen? Das muss man mal gemacht haben. Natürlich setzt es voraus, dass man das Bild richtig entwickelt, überhaupt richtig entwickelt, aber ohne Rauschunterdrückung. Und dann macht ihr vielleicht dasselbe nochmal, wo ihr jedes einzelne Bild mit Rauschunterdrückung mal so bearbeitet habt, dass ihr sagt, so jetzt wäre ich da zufrieden. Ein bisschen Rauschen drin lassen ist übrigens nie verkehrt. Bitte denkt daran, nicht komplett alles platt bügeln. Ganz fürchterlich. Lasst ein bisschen Rauschen drin, wie gesagt reduzieren und macht einen zweiten Ausdruck. Lasst das euch etwas kosten für eure Kamera, mit der ihr arbeitet. Es sei denn, es ist eine alte Kamera und ihr sagt, ich kaufe mir in zwei Wochen eine neue, dann braucht er das nicht machen. Dann macht er das mit der neuen und dann seht ihr euch diese Bilder bei gutem Licht an und vielleicht auch mal zeigt sie mal Leuten, die eben mit Fotografie nicht so viel zu tun haben und fragt, wo findest du, ist das noch am besten? Wo stört dich das Rauschen? Findet das einfach mal selber raus. Dann werdet ihr feststellen, dass eure Kamera wahrscheinlich nicht nur bis ISO 800 gut ist, sondern vielleicht sogar bis ISO bei Vollformat sowieso bis 6400 oder sogar 12800, wenn das eure Kamera kann bzw. sie kann dann in der Regel viel, viel mehr und probiert das einfach aus. Das ist wirklich ein Tipp für euch. Da könnte man wahrscheinlich ein langes Video daraus machen. Vielleicht mache ich es mal, wenn ihr das wollt, unten in die Kommentare. Nostalgie. Oje, warum habe ich den drauf geschrieben? Naja, es gibt einige Fotografen, die natürlich immer in der Vergangenheit leben. Das machen auch manche mir zum Vorwurf. Die sagen natürlich auch, ja du bist ein alter Hase, du bist mit manuellem Fokus groß geworden, du hast Dunkelkammer gehabt. Das haben wir alles nicht. Wir müssen von einem ganz anderen Punkt ausgehen. Nun, ich denke oft und gerne mal zurück an andere Zeiten. Aber die anderen Zeiten, die waren zum Beispiel Zeiten ohne YouTube und jeder von euch hätte damals Bücher lesen müssen, sich mit anderen Fotografen treffen müssen. Die Frage ist, wie trifft man sich? Es gab Fotozeitungen viel, viel mehr als heute. Man hat da vielleicht mal irgendwie einen Stammtisch gekriegt. Man hat sich irgendwie on Tour kennengelernt, so nach dem Motto, du hast auch eine Kamera und oder Klassenkameraden. Also es war eine andere Zeit und damit kann man natürlich immer sagen, ja früher war das alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Das weiß ich, das wissen wir alle und das ist ein blöder Spruch. Aber es kann gut tun, mal wieder, ja vielleicht sich aus dieser Welt, die wir heute haben, so ein bisschen zurückzunehmen. Zu sagen, heute mache ich einfach mal kein Facebook, kein Instagram. Heute fotografiere ich im manuellen Modus und stelle alles wirklich ein. Wenn ihr nicht manuell fokussieren wollt, lasst den Autofokus an. Aber stellt mal wirklich eure Bilddaten, alles von Hand ein. Guckt euch an, was ihr gemacht habt. Das ist auch eine Art Nostalgie, mal einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, mal gucken, ob ich die Basics noch verstehe. Wenn ihr sie könnt, wenn ihr sie nicht könnt, müsst ihr sie eh üben. Nostalgie, da kann jeder sich rein interpretieren, was er mag. Also ich denke gerne an die Zeit zurück, aber ich liebe die Zeit heute, weil ich Dinge tun kann, die ich früher nicht tun konnte. Wenn wir jetzt gerade an die Diskussion Klimawandel und so weiter reden, ist vielleicht auch mal ein Argument drüber nachzudenken. Brauche ich das nächste Objektiv, die nächste Kamera? Muss ich diese Schnelllebigkeit der Ausrüstung forcieren? Oder sage ich einfach, Sony, ihr könnt so viel produzieren, aber wenn meine Kamera nicht kaputt geht, dann habe ich die noch länger als zwei Jahre, weil bei vielen ja wirklich die Kamera schneller getauscht wird fast als das Handy. Bildbearbeitung, Bildverfremdung. Hat auch wieder was natürlich mit dem Rohrkonverter zu tun, mit dem meine Bilder sind unbearbeitet. Diesen Spruch hat man mit Sicherheit schon öfters draußen gehört. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Generell, wenn man Bilder bearbeitet, kann es schnell passieren, dass man Bilder überbearbeitet. Und auch ich mache das oftmals ganz gerne, dass ich wirklich mal den Regler komplett ans Ende ziehe und dann eben feststelle, das ist zu viel. Und genau an dem Punkt muss man immer denken, das war jetzt zu viel. Ich habe einfach mal auf 100 Prozent die Schatten aufgehellt, zum Beispiel in Lightroom. Bei der Sony kann man das auch sehr gut. Aber dann geht man zurück, zurück, weil man sich denkt, da ist Schatten, da muss noch Schatten sein, da darf was zu sehen sein, aber nicht so, als hätte ich da hingeblitzt. Also Bildbearbeitung ist immer ein Ausprobieren und dann zurück, 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 wieder die Regler, wieder Richtung Null bewegen, die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt doch mal Bilder, die muss man übertreiben, weil nur so wirken sie. Das kann auch ja schon bei der Aufnahme bei euch im Kopf sein. Da sagt ihr genau, also bei dem Bild, da muss ich dies oder jenes tun, damit das geil wird und dann macht man das. Fotografie ist eben das Bild sehen, das Bild machen, das Bild bearbeiten und dann das Bild präsentieren. Und wenn ihr, ja, wenn ihr dann Leute fragt, bevor ihr es zum Beispiel öffentlich zeigt, also gute Freunde, die vielleicht auch schon mehr Erfahrung haben in Fotografie, die können dann euch auch mal sagen, also das Bild ist ja gut, aber nimm es ein bisschen zurück, mach es ein bisschen sanfter. Und da gibt es, ja, genug Möglichkeiten in Lightroom auch wieder die Regler zurückzunehmen und zu sagen, ja, so ist es immer noch gut, so ist es immer noch gut, ah, jetzt wird es schlecht oder langweilig. Das müsst ihr ausprobieren und deswegen, Bildbearbeitung ist nichts Schlechtes, außer man übertreibt es oder man kann es eben überhaupt nicht, dann muss man üben. So, jedes Video braucht einen Abspann. Ich sage gleich, wenn ihr diesen Abspann seht, es gibt noch weitere Videos, weil das Endvideo hat seinen eigenen Abspann. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, da oben gibt es den Link zu einer Playliste. Da habe ich nämlich alle diese Zettelvideos jetzt mal reingesteckt und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ihr habt was gelernt. Ich weiß, das ist größtenteils so ein bisschen meine Meinung, die ich da erzählt habe. Es gibt viele Leute, es gibt, muss auch mal sein, verplappern. Es gibt viele Leute da draußen, die eine andere Meinung haben. Das ist auch vollkommen okay. Wir können da auch gerne vernünftig da unten in den Kommentaren zu irgendeinem Punkt diskutieren. Es würde mich aber freuen, wenn ihr mir erlaubt, meine Meinung zu haben, weil ich mache auch meine Fotos und wenn ich hier mein Wissen oder meine Meinung mit euch teile, dann ist das ja nicht böse gemeint. Ihr müsst nichts von mir übernehmen. Ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen und eben damit selber glücklich werden. Das ist euer Leben. Ich lebe mein Leben. Ich teile nur das, was ich über Fotografie schon alles so denke, gelernt habe oder auch immer jeden Tag noch lerne. Das soll es gewesen sein. Abo wäre schön, Daumen hoch wäre schön, Kommentare sind immer schön, wenn sie gut sind sowieso. Da gibt es irgendwo den Abo-Knopf, der würde mich auch freuen, falls ihr nicht schon Abonnent seid. Und wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann macht das mal. A, weil es dann einfacher ist, meine Videos zu finden. Ihr findet die nämlich bei eurer E-Mail-Adresse und seht sofort, wenn was Neues rauskommt. Das ist viel besser, als immer diese ganze Abo-Liste durchzugehen und zu schauen, wer hat denn da was Neues gemacht. Das macht man natürlich nicht bei jedem Kanal. Vielleicht macht das auch nicht bei meinem Kanal, weil ich nicht so wichtig bin. Ich sage jetzt Tschaui, Tschüss, euer Sven, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen.